Das ist er nun, der nördlichste Punkt von Sachsen-Anhalt an der Elbe. Der nördlichste Punkt vom Landkreis Stendal, das ist er auch, deswegen sind wir eigentlich hergekommen. Da ist er, wo die Bohne in die Elbe reingeht. Früher war es mal der nördlichste Punkt vom Bezirk Magdeburg. Da hinten sieht man noch die Grenzübergangsstelle, die ehemalige Grenzübergangsstelle für die Schiffe.